Hallo, und da sind wir wieder bei Deadlight, unserem kleinen Survival-Abenteuer mit Randall. Ja genau, Alter. Hör auf, mich immer so zu überraschen. Ich frag mich immer noch, ob das vorhin in diesem Tunnel, was da so komisch schwarz umhergelaufen ist, was das war. Ob das so ein Grafikfehler war oder ein Monster, aber es hat ja auch irgendwas ganz komisch gelacht. Jawoll! Ist das herrlich. Huch, da kann ich was. Enkaufs fahren. Sehr gut. Oh, das war jetzt auf jeden Fall unerwartet. Okay, okay. Der Blutdruck senkt sich wieder ein bisschen. Können wir jetzt entspannt weiter. Es hat jetzt auch anscheinend angefangen zu regnen. Oder nur auf dieser Seite der Brücke regnet. Alter, hier gibt's doch irgendein komisches Monster, ey, das kann doch keiner erzählen. Hä? Okay, muss ich da wieder gegenlaufen? Gegenrennen? Hä? Da ist doch eine Tür. Jawoll! Jetzt muss ich hundertprozentig gegen irgendwas kämpfen, da kann ich keinem erzählen. Danke, Kumpel. Bist netter. Okay, B. Jawoll. Da haut er gegen. Na, siehst du, so macht man da. So macht man Türen auf. Ja, ich möchte auch nicht erleben, wenn der mal auf so einem Stacheldraht springt. Ha, ein Wohnraum. So, ob wir den mal jetzt bekämpfen mit unserer coolen Axt? Ich meine, wir müssen ja sowieso, ne? Machen wir mal. Komm her, komm her, hier, komm mal. Ich hab ne Axt gefunden. Jawoll! Jawoll! Ja, das geht ganz gut, muss ich sagen. Ah, ah, oh, okay, okay. Ich würde sagen, wir lassen das mal auf die Homme ab. Ich weiß, wie oft ich die auf die raufschlagen muss. Und ich weiß nicht, ob meine Axt ewig hält. Ich habe keine Lust, dass meine coolen... Hä? Hoch? Das Bild flackert immer so komisch. Seht ihr das? Ach so! Ah, jetzt sehe ich das. Das ist meine Ausdauer. Ich kann also auch nicht ewig abhängen irgendwo. Okay, okay. Verständlich. So, ich kann mich auch duchen. Und hoffen, dass die mich vielleicht nicht sehen, beziehungsweise nicht hören. Aber wie es aussieht, muss ich da runter. Da sind drei Stück. Aber ich kann die da, ne? Da kann ich die umbringen. Ja, der war ja nicht so toll. Naja, ist egal. Ei, 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 ei. Piss dich. Okay. Oh, jetzt wird spannend. Oh, das war ja, das war ja, das war ja mal wieder richtig knapp gerade. Diese scheiß Zombies, können die nicht bei so einem Axtangriff sterben? Man hat ein Viecher. Mann, ey. Gut. Da muss ich mich schon auch. Ich habe immer ein bisschen das Fenster aufgemacht, ne? Da droht hier so ein bisschen eklig drinnen. So nach altem Fleisch. Okay. Das Wetter scheint auch nicht besser zu werden. Der Sturm. Finde ich aber auch. Das war jetzt aber komisch. Okay, Lydia wird wahrscheinlich seine Frau sein, die er natürlich suchen muss, weil... Zombie-Apokalypse. Da muss man seine Familie, seine Frau suchen. Aber man die ja dann immer verliert. Das ist einfach Fakt. Dann klingeln die Leute von der Regierung an der Tür und dann sagen sie einem, so wie dem jetzt ihre Frau mit, sie müssen die nachher natürlich suchen. Okay, ich habe wieder irgendeinen Wisch erhalten. Nein, pfeift die doch nicht ran. Vororte. Es ist immer nicht... Entschuldigung. Es ist nicht immer leicht, die Begegnung mit diesen Schatten zu überleben. Doch zum Glück bin ich immer noch am Leben, aber tief in meinem Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels? Ah ja, Frau und Tochter. Okay. Meine Frau, Shannon. Meine Tochter, Lydia. Werde ich sie je wieder sehen? Ich muss meine Freunde und meine Familie finden. Ich muss es schaffen. Okay, also Lydia ist seine Tochter und Shannon ist seine Frau. Entschuldigung, ich gehe davon aus, dass Lydia eine Frau ist. Okay. So. Ist ganz schön ruhig hier. Zu ruhig, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja, ich habe es doch gewusst. Auf die Tür. Und... Das... Alter, meine Güte. Schöne Ding gewesen. Schöne Ding. Okay, da muss ich auf jeden Fall irgendwie ran. Du bist irgendwie... Ja, genau. Das wollte ich sagen. Du bist irgendwie von der falschen Seite an der Leiter. Goll, ich könnte jetzt sogar ein Medipack gebrauchen. Ich habe nur noch zwei Balken statt drei. Okay, wir werden das mal so runter. Vielleicht liegt irgendwas. Siehst du, ich habe es noch gewusst. Eine 100 Dollar Note. Geil. Ich weiß noch nicht, was ich damit hier anfangen soll. Okay. Und hopp. Jawoll. Ja, das ist doch ein Traum. Das ist doch wirklich ein Traum. Ja, du müsstest... Laufen wäre gut. Laufen wäre wirklich gut. Oh, oh, oh. Alter, Schwede, Junge. Oh. Ey. Vergiss es. Ist er jetzt tot? Nein, natürlich ist er nicht tot. Jetzt können wir gleich mal testen, wie lange man die braucht, bis sie tot sind. Weil noch hat er so eine komische Leuchte in den Augen. Ich habe nur die Befürchtung, dass die gar nicht sterben werden. Vor allem liegt da noch einer. Ich hoffe mal, dass der andere, der da liegt, wirklich tot... Alter! Hau doch mal ab, ey. Jetzt. Nee, jetzt werden wir noch nicht. Aber ich habe wieder was gefunden. Jawoll. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Keine Lust mehr hier. Aber ich muss da hin. Ja, jetzt will ich den ja nicht los. Sehr gut. Okay. Jetzt muss ich aber gerade überlegen, wo ich hin muss. Okay, hier habe ich den Ausweis gefunden. Von, ich habe jetzt nicht geguckt. Ist irgendwie J.W. oder so? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt habe ich gesehen. Ich muss nach ganz oben. Und dann muss ich aufs Dach jumpen. Hä? Hä? Ah, jetzt. Ach, ich Idiot. Okay. Verdammte Scheisschatten. Jawoll. Verdammt Scheisschatten. Was darf ich das auch sagen? Das ist völlig legitim, weil er es gesagt hat. Scheisschatten. So. Ich werde nur hundertprozentig. Wenn ich jetzt hier wieder runterjump, hier kommt gleich wieder irgendwie so ein Moment, wo ich ganz schnell laufen muss, ganz schnell springen muss. Also mir wäre keine Ruhe lassen. Hopp. Ach, da war ein Medipack. Ich muss nochmal zurück. Ja, ich, ich, ich leider nicht. Jawoll. Ich lauf mal lieber. Ich lauf mal lieber. Okay. Der Bildschirm dunkelt sich ab. Oh, das ist das? Ich meine, die Survivors. Beside, was die denn du interessiert? Orders oder Orders? Komm, lass uns gehen. Der nächste Mal. Waste a ton. Hey, buddy. Was last longer? Bricklayer's house oder Carpenter's house? Ich bete dir ein paar hundertst, du kannst du nicht sagen. Carpenter's? Haha, listen, wenn jemand fragt dich so etwas, du einfach antwortest. Die toughest house ist die Gravediggers. All Gravestones last forever. Till fucking Doomsday, du asshole. Hahaha. Oh, no! 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 Ja, so kann das natürlich gehen, wer andere Leute aufhängt. Okay. Ne, die da oben jetzt auch die da hängen. Kann, kann, kann ich sagen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, so kann das natürlich laufen. Ist natürlich ziemlich doof. Weg mit dir. Einfach mal weg. Hä? Was? Ah, ah, ja, okay. Ich habe fast keinen Ausdauer mehr. Ich hätte dir mal nicht so anlocken sollen, glaube ich. Hallo? Ich habe dich vielleicht geschlagen. Okay. Da liegt was, da liegt was, ich muss das noch haben. Jawohl. Das ist nämlich auch noch. Da ist nix. Okay. Weg. Und hofft. Und hofft. Mann, dort ist hier nur los mit den Zombies. Wie scheint, sollten die anscheinend alle aufhängen. Die haben irgendeinen Befehl bekommen, dass man die Überlebenden im Auge behalten soll. Okay. Hier hat wohl irgendjemand Angst vor den anderen Überlebenden. Von den anderen Überlebenden. Everyone I care about is in danger. Okay. Der Scheiß-Sturm wird auch nicht besser. Wie könnte man kurz noch unten fällt, dass hier irgendwas zu holen. Guck mal, ob hier irgendwas rumliegt. Nö, nö, alles klar. Kleider deinen Laternenfall wieder. Dein Masse wieder hoch, nicht Laternenfall. Guck mal, unten warte, schon wieder welche. Ich wäre verrückt. Hopp. Hier. Hey Süßen, kommt her. Ich muss euch was erzählen. Nicht hier, ihr Trottel dahinten. Ah. Nein. Aha. Achso. Ich dachte, er ist gerade durch das Ding durchgelaufen. Okay. Naja, sah zu müssen so aus. Verarscht habe ich euch. Verarscht. Geil, oder? Geil. Kommt doch hoch. Kommt. Hey. Hey, kommt hoch. Ich reiche euch eine Hand. Nein, könnt ihr vergessen. Uh. Ich war mal gegen die Wand gelaufen. Okay, wie muss ich da jetzt? Ja, das war mir schon fast klar, dass ich da nicht... Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Nein, da auch nicht. Okay. Okay. Ich muss doch da... Er rennt immer so geil gegen die Mauer gehen. Ähm... Wo? Muss ich jetzt hin? Kann ich das Auto in den Schienen oder ziehen? Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt bin ich gerade... Okay, jetzt bin ich gerade... Ich werde, ich muss da irgendwie so mit... Nein, so wird das nix. So wird das nix. Okay. Okay. Probieren wir noch mal irgendwas hier mit dem, es scheint ja ein Krankenwagen zu sein. Kommt her, meine Schäfeln, kommt her, kommt her, kommt her, 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 her. Okay, wir müssen das auf jeden Fall noch mal probieren. Komm ran hier. Vielleicht kann ich irgendwie von hinten in den Krankenwagen rein und da, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht ganz... Ich weiß noch nicht, wie mein Plan aussieht. Reine Spekulation. Vielleicht kann ich hier irgendwas machen, ne? Kann ich da irgendwas aufmachen? Nein, okay. Kann ich auch nicht. Okay, dann... Ich denke mal, wenn ihr das gerade seht, dann wisst ihr, was ich machen muss. Und ich bin gerade total... Ich weiß nicht. Äh? Bin ich irgendwie falsch gelaufen oder so? Muss ich da irgendwas noch auf? Okay. Ich würde sagen, wir beenden hier auf diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit damit beschäftigen, wie ich jetzt, wo hier weiterkomme. Das hört sich doch interessant an. Das hört sich doch in einer sehr interessanten Folge sogar an. Und wir sehen uns das nächste... Ach nee, Moment. Wartet, 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 wartet. Fuck. Nee, geht gar nicht. Meine Güte, du wolltest schon die Folge beenden. Weil mein Wecker auf einmal irgendwie spinnt. Okay. Nee. Kann ich ja nicht machen. Glauben meiner Uhr geht es ja jetzt doch erst. 15 Minuten. Nee, so schnell können die Folgen nicht vorbeimachen. So, mit Oh. Dann werden wir jetzt mal noch ein bisschen weiter probieren. Oh, nice. Oh, 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 okay, okay. Hätte ich bloß die Folge beendet, wie ich es machen wollte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht gestorben. Ah, das läuft ja schon hier richtig gut hier. Richtig gut läuft das. Aber jetzt klappt es. Ja, jetzt kriegen es ja. Ich muss überlegen, wo ich da jetzt weiter muss. So, wo bin ich hier? Um drauf. Pfeifen sie noch mal ran. Kommt her, hier. Ey, hier, Spastis, ran hier. Uh, ey, Schatten. Oh, der letzte hoch. Wer ist zu spät, kommt verpasst, der Beste. Weißt du noch? Ah, ja, okay, einmal Hauen reicht. Und rauf. Und rüber. Und zack. Und zack. Und zack. So, was jetzt? Ich habe hier gerade... Ah, da. Jetzt. Meine Güte bin ich bescheuert. Gottes Willen. Dann habe ich auch wirklich nicht gesehen. So. Nein. Ach doch, klar. Runter. Äh, lass dich fallen. Jetzt. Jo, jetzt haben wir noch wieder ein paar angelockten. Traum, Mensch. Traum. Jo, geht da mal ran. Vierte Wahl hier rüber. Ach, dann kann ich rein. Ich will da nur rein. Fack. Ich will nicht wissen, was da unten drin ist. Das werden wir auch herausfinden. Ich meine, gestorben sind wir sowieso schon unerfragen. Nein. Ho, 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 ho. Jawohl. Yes. Nichts. Hau sie. Diese Penner. Boah, der Typ ist total K.O. So ein bisschen, ein bisschen... Energy safe. So, ein bisschen auswohnen. Jo, geht hier. Jetzt muss ich noch ein bisschen aufpassen mit meinen Spielereien hier. Ich habe meine Energie. Ich habe nur noch einen Balken. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich kann nicht in einer Folge 20 mal sterben. Und da wäre ich auch hochgekommen. Ach, Mann, ey. Und da muss ich sogar. Hm. Okay. Das war jetzt doof. Also können wir da noch mal ein... Komm, raus da. Raus. Der letzte hoch. Raus da. Komm schon. Komm schon. Komm. Frisches Menschenfleisch. Ich biete mich an. Ich biete mich euch an. Komm schon. Wo läufst du? Komm. Komm, 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 komm. Komm. Der letzte kriegt dann irgendwie nicht mit. Der letzte versteht dann irgendwie nicht. Okay. Danke. Für die Kooperation. Jawoll. Ah, ich meine, mit Hindernissen, aber wir schaffen es irgendwann. Oh nein, das sieht doch schon wieder nach so einer Rennstrecke aus, weil ich einfach mal mit es laufen muss. Okay. Einfach mal vom Dach geklatscht. Okay. Ach, Leute. Was ist denn los hier? Was lässt er sich denn fallen? Okay. Okay. Führt also Krieg. Alle gegeneinander. Warum nicht? Das macht man. So. Kann ich das denn nehmen? Da hängt... Ach so, ich dachte, den Zettel, da kann ich vielleicht nehmen. Ich muss mir definitiv trotzdem nachher noch mal meine erste aufgenommene Folge angucken, weil ich dann noch mal was wissen muss. Alter, ist das ruhig. Das ist ja... Wie krass ruhig war das denn mal hier? Wenn ich da jetzt wieder raufdrücke, dann klatscht das Auto da bestimmt wieder runter oder irgendwas anderes und lockt wieder so eine Herde von Zombies an. Ich werde da mal raufdrücken, dann werde ich das mal ganz schnell davor schieben. Ah. Hä? Okay, nee, das hat jetzt nichts gebracht. Ich hätte gedacht, da kommen jetzt irgendwelche rausgelaufen. Hier ist auch noch mal so ein Schalter. Dass er sie jetzt gar nicht weglatscht, wie vorhin ist, aber fragwürdig. Okay. Schon mal eine Leiter, eine Leiter ist immer gut. Guck mal, da entsteht da schon eine. Ah ja. Hm. Wie ich mir das gedacht hab. Wie ich da wo drauf gekommen bin, das... Ach Mann, ey. Diese scheiß Motten-Zombies, seitdem wir nur vom Licht angezogen werden, ne? Fallen die da grad irgendwo runter? Ich kann da nichts sehen. Nee, das sah nur so aus. Okay, okay. Ja, wir jumpen da mal rüber. Okay. Scheiße. Mann. Fuck. Wie ich den scheiß da nicht gesehen hab, ne? Ich hab gesehen, dass die anderen den rumzappeln, aber ich wusste nicht, dass das... Das ist, äh... Dass ich dann auch abgreife, wenn ich da durchlaufe. Zumindest ein bisschen, was wir machen müssen. Durch jumpen. Übelst die Leiter hoch. So. Dann gleich wieder zurückspringen hier. Guck mal, jetzt hab ich gerade mal so eine übelst geile Idee, ne? Jawoll, Alter. Ja. Ich spring da nochmal rein. Genau, das war meine Idee. Alter, du solltest da oben ran springen. Der Typ findet es einfach mega geil, ständig zu sterben, glaube ich. Ich weiß ja. Ich weiß ja. Der Fehler sitzt hinterm Kontrolle. So. Jetzt nochmal. Wir machen Strom an. So. Strom an. Jawoll. Das erste... Jetzt ganz vorsichtig hier mit dem Strom. So. Und jetzt aufs Autodach. So. Und jetzt springst du da hoch und hältst dich fest. Genau so hab ich mir das gedacht. Das kann ich da machen. Wenn ich jetzt wieder sterbe. Ah, boah, zum Glück, Alter. Mach da zu. Aber wieso macht er jetzt die Tür? Ah, jawoll. Brauche ich das Ding draußen? Ich nehm's einfach mal mit. Sehr große Cube. Das ist jetzt meine Idee. Nimm mich jetzt mit. Ah ja. Sehr geil. Sehr geil. Diese Rätsel finde ich nicht schlecht. Wirklich gut. Wo ich sagen muss, dass mich das dadurch nur wieder noch mehr an Limbo erinnert. Und ich glaube, Limbo gibt's schon ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Ich will hier nichts beschreiben. Aber es erinnert mich stark daran. Okay. Ist das hier oben nicht eine Haltestelle für eine Hochbahn? Und was war das? Und wie kam das Auto hier hoch? Okay. Okay. Dürfen wir alles nicht hinterfragen. Wir werden wahrscheinlich alles noch erleben. Okay. Da unten sitzt eine. Wenn die da nicht gerade auf den Zug wartet, dann ist es bestimmt ein Zombie. Als wenn ich's geahnt hab. Geil. Ja, räum aus. Komm. Räum aus. Hoch da. Hoch. Hoch. Alter, was machst du? Er jumped da nicht hoch. Okay. Okay. Ja, ich würde sagen... Ja, ne ja. Ach, Mann, ey. Ich glaube, das war ein bisschen zu hoch. Der konnte dieser auch einfach nicht hochjumpen. Ach, Mann, das schöne Auto. Weißt du, die Autos können ja wenigstens dafür. Das sind ja die, die leiden müssen. Okay. So. Ach ja, ich hätte einfach rausgehen müssen. Ich Idiot, ne? Da hinten ist doch eine Tür. Boah, Alter. Wie knapp war das denn bitte? Alter Schwede. Vielen Dank, lieber Grafik-Bug. Vielen Dank. Das war echt mies. Das war echt mies. Okay. Müssen wir da hinten jetzt an der Schild dran. Und hopp. Jo, genau, vorbeispringen. Ja, das ist... Das kann ich gut. Hol den anderen, hol den anderen. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob man die Viecher irgendwie totkriegt. Mit irgendwas. Das weiß ich leider immer noch nicht. Und ich würde trotzdem gerne mal nach unten. Ich würde wissen, was da ist. Ich würde gerne wissen, was da ist. So, jetzt jumpen wir da nicht in Assassin's Creed-Style rüber, sondern wir machen es schön nach und nach. Soll ich hier wieder unten lande. Ah, jetzt muss ich sowieso runter, ne? Ja. Was ist das? Stand doch gerade irgendwas, ne? Der Tasse. Ich sollte in die Wand zu springen, einen Bandsprung auszufüllen. Okay. Ah, ja. Okay. Ich muss also gegen die Wand und da dann hoch. Ja, das ist ja leicht verständlich. Jo, das hat man, das kriege. Es ist dadurch nur noch beachtlicher, was der Mann alles drauf hat, aber er nicht schwimmen kann. Ja. Ich meine, man kann ja nicht alles können. So einen fetten Schwimm-Skill, das muss man drauf haben. Ach, da ist sie leider. Oh. Mein Herz, Alter, mein Herz. Ich fasse es nicht. Meine Güte. Das wird nix. Jetzt haben wir sich anscheinend wieder mit voller Wucht. So. So Wendel. Und los. Yeah. Jawohl. Back und so WUTS. Ne, WUTS. Entschuldigung. Ich WUTS. WUTS. So. Okay. Um abzurollen. L-T drücken. Sollte ich schaffen. Soll ich da mit Vollspeed umgehen? Ja, besser wäre es, ne? Hopp. Und rollen. Ja, war gut gerollt, oder? Gleich in der Hocke aufgekommen. Anderen Leuten, ja, das war... Kann ich da rein? Ich will da rein. Aber da... Aber da hinten kann ich auch rein. Da ist ja auch noch ein Fenster. Okay, das lockt mich jetzt. Aber ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ob was jetzt hinter dem Fenster ist, oder hinter dem. Tor 1 oder Tor 2. Das klären wir nächstes Mal. Tschüss.